hallo und herzlich willkommen zu einem neuen war sonder abenteuer mit wildin adventures wir fahren den panther 2 in festungen am weißen felsen im rb modus ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen wir haben vom matchmaker für den panther 2 210 punkte aufgebrummt bekommen ich glaube wir sind damit mittenschweren panzer im unteren bereich angesiedelt wurden kenne ich damit aber nicht so genau aus ich habe auch eine vermutung wenn wir mit mittenschweren panzer bis 300 gestuft werden sind wir halt hier bei 250 im mittelfeld schwerer panzer 450 halt hier von 300 laut hier das ist aber nur eine vermutung wenn ihr es wisst könnt ihr mir gerne einen kommentar schicken ich will da rein in die öffnung wo cap punkt b ist wenn wir drei cap punkte hätten das glaub ich na die 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 egal sind auch punkte wie ihr seht ich habe noch nicht mal ein feuerlöcher an bord heißt der panther 2 hier ist noch schön stock aber stimmt ein sehr guter panzer mit seiner 8 8 ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, ist echt tricky was ich hier mache zack, red das ist ein tortoise da steht echt ein tortoise wieder eins auf der mütze nochmal besatzung 2 nochmal, ich probiere die besatzung komplett rauszunehmen irgendwie klappt das nicht so wie ich mir das vorstelle der fahrer dürfte noch leben aber der kann ja noch schießen der ist noch am schießen obwohl die alle schwarz die werden mir oben alle schwarz angezeigt ist der da fleißig am ballern das war wohl nichts noch ein bisschen mehr und wir sind die kürze naja das sind mehrere tortoise jetzt muss ich hier weg eine tortoise weg jetzt stehe ich hier sehr ungünstig aber ich glaube die tortoise kann gar nicht mehr auf mich wirken und da ist er weg direkt vor mir ist einer da kommt er hab ich nicht gesehen nein was mache ich bleib stehen bleib stehen bleib stehen krit ich hoffe da kommt jetzt keiner nach nachgeladen schutzmannschaft weg noch mal feuer nice sehr schön unsere leute kämpfen ich werde jetzt hier oben rein fahren und probieren von hier oben die gegner aus schalten die auf a wirken wollen muss dabei aufpassen dass ich selber nicht unter feuer genommen werde und hier oben geht noch nicht weiter und hier oben dann können wir ja ich habe es nicht nur die 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 Ah, ich glaub so Schon fast gelaufen Da ist ne ADI Einheit Schön gebounced Da steht noch ne ADI Einheit Ich werd hier heut zum AI Killer Der war schon kaputt Oh ne AI Punkte krall ich mir noch Warum auch nicht So der brennt Da ist noch einer Fahrer weg Abschusshilfe nice Tortoys Ich muss den Fahrer erwischen Zack nice Ja Nicht die beste Leistung Ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht Ich würde mich sehr über ein Like freuen Wenn euch das Video gefallen hat Sollt ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben würde ich mich sehr über ein Abo freuen Ich hab euch in den Kommentar in der Beschreibung den das neue forum von uns rein getan Den Link Dort findet ihr auch Cepoc Unsere Kampfgruppe Auch andere YouTuber findet ihr dort Ist auch YouTube Forum Wenn ihr Fragen habt zum Panzer zum Spiel oder einen bestimmten Panzerwunsch habt den ich jetzt spielen kann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben ich wünsche euch viel Viel Spaß im Spiel Habt einen schönen Tag Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Tschüss